Nicht nur den Deutschen glauben die Grünen, ihre allwissenden Heilslehren aufdrücken zu müssen, nun auch den Setswana. Keine Bejagung der Elefanten, die dort mittlerweile in einer Überpopulation leben, wollen sie den Afrikanern vorschreiben. Als Reaktion auf diese Besserwisserei der grünen Umweltministerin Steffi Lembke will Botswanas Präsident Mokwezi Mazisi der Bundesrepublik Deutschland nun 20.000 Elefanten schenken. Natürlich mit den üblichen grünen Forderungen, wild lebend, freier Auslauf und nicht bejagbar. Nach dem üblichen Bevölkerungsschlüssel von 250.000 Chemnitzern zu 85 Millionen Deutschen macht dies eine Zuweisung von 58,8 Elefanten für Chemnitz. Also 58 ausgewachsene Tiere und zwei Kälber zu je 0,4 Gewichtsanteil. Eine natürliche Idylle erwartet uns dann vor dem Chemnitzer Rathaus. Und wenn ihr von diesen Exzessen die Nase voll habt, unterstützt unsere Forderung, normallos in den Landtag. Unser Motto, keine Elefanten in der Chemnitzer City. Und wenn ihr denkt, das ist ein April-Scherz, nein, wir haben heute bereits den 2. April. Euer Bernhard Sünder, Direktkandidat für Chemnitz 3, Wahlkreis 11 für die Freien Wähler Chemnitz.